Hey, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, oder falls du das später in der Aufzeichnung siehst, einen wunderschönen Tag. Ich habe mich sehr auf diese Begegnung gefreut, weil ich heute gern ein Thema mit dir teilen möchte, was für mich in meinem Leben eine ganz große existenzielle Bedeutung hat. Ich möchte mit dir heute über Krisen sprechen, aber hoffentlich auf eine Art und Weise, die dir Lust macht auf Krisen und wenn vielleicht noch nicht Lust, dich dann auf jeden Fall neugierig macht und dir die Möglichkeit gibt, dich für Krisen zu öffnen. Ihr wisst es, ich sage das ganz häufig auf meinen Vorträgen, eure Lebenszeit ist mir echt absolut kostbar, das sage ich nicht einfach nur so, so indem du das jetzt gerade siehst beziehungsweise hörst, schenkst du mir das absolut Kostbarste, was du hast. Deine Lebenszeit gepaart mit deiner Aufmerksamkeit. Und deswegen ist es mir wichtig, am Anfang kurz zu erklären, für wen dieses Video sehr wahrscheinlich gut geeignet ist, damit du für dich nochmal in Ruhe schauen kannst, ob du hier verweilen möchtest oder auch nicht. Dieses Video ist dann für dich interessant, wenn du dich gerade mitten in einer fetten Krise befindest. Und das kann eine Krise sein, die sich anfühlt wie eine seelische Krise, eine psychische Krise, vielleicht aber auch eine Beziehungskrise, eine Arbeitskrise, eine körperliche Krise. Also wenn du mittendrin bist und wenn du vielleicht schon an dem Punkt bist, dass du spürst, du kommst allein an dieser Stelle einfach nicht mehr weiter, dann glaube ich, enthält dieses Video ganz, ganz viel Hoffnung für dich. Dieses Video ist auch dann für dich interessant, wenn du dich noch nicht am Tiefpunkt einer Krise befindest, aber wenn du dich in einer sogenannten Beta-Phase deines Lebens befindest, ich erkläre auch dann gleich noch, was ich damit meine. So Beta-Phasen sind Phasen, in denen das, was gerade noch cool war in unserem Leben langsam abgenutzt ist, zu eng wird und wir merken, dass das Leben uns wieder mal aus der Komfortzone hier rauskicken möchte. Und Beta-Phasen sind oft ätzend, die sind oft unbequem. Wir wissen ganz häufig noch nicht so genau, worum es wirklich geht. Wir wollen es nicht so richtig wahrhaben. Wir kämpfen vielleicht dagegen an. Auch dann hat dieses Video wertvolle Informationen für dich parat. Oder du bist ein Mensch, der sagt, mich berührt es total einfach zu sehen, dass sich in der Menschheit so viele Krisen mittlerweile ineinander verweben. Also wir sprechen ja mittlerweile von Stapelkrisen. Und du fragst dich, okay, also wie ist das nicht nur ertragbar, sondern wie kannst du vielleicht auch einen echten, aktiven Beitrag dazu leisten, dass wir gut durch diese wirklich extrem heiße und auch heikle Phase der Evolution der Menschheit gelangen. Falls du jemand bist, der gerade so einen richtig geilen Run hat in seinem Leben, das sind die Phasen, in denen du das Gefühl hast, du hast alles gecheckt, es läuft, es schmiert einfach, du willst dich am besten gar nicht mit Problemen beschäftigen. Das kann ich total verstehen. Ich genieße solche Phasen auch. Dann hörst du vielleicht einfach nur ganz neugierig zu und speicherst dir das Video vielleicht für später nochmal ab für den Moment, wenn du es brauchst. Ich möchte heute auch persönlich über mich berichten. Viele von euch wissen das. Ich komme gerade aus einer dreieinhalbjährigen, dreieinhalbwöchigen Auszeit zurück. Ich nehme gerade wieder so langsam Fahrt auf, möchte die Gelegenheit gern nutzen, um mich bei all den Menschen zu bedanken, die in dieser Zeit auf meine Statements sowohl per E-Mail als auch auf Instagram so aktiv geantwortet haben. Also ich habe, glaube ich, Pi mal Daumen, über 2000 Antworten bekommen. Und auch wenn es natürlich praktisch unmöglich ist, euch allen zu antworten, wisst bitte, dass ich das wirklich alles gelesen habe, weil ich gerade ein ganz großes Bedürfnis verspüre, meinen inneren Prozess abzugleichen mit unserer Community, zu schauen, was da draußen los ist. Und ihr habt mir so die Möglichkeit gegeben, so ein bisschen euren Puls zu spüren. Und für mich war es ganz, ganz schön zu sehen, dass es vielen Menschen ähnlich geht, wie mir jetzt gerade. Ich teile heute Persönliches von mir nicht, weil ich in deinem Leben so wahnsinnig spannend bin, sondern aus zwei Gründen. Erstens, ich bin jetzt seit 30 Jahren in diesem psychospiritären Bereich unterwegs und ich habe das immer sehr geschätzt, authentisch und aktuell mit euch zu teilen, wo ich gerade stehe, weil ich glaube, dass ihr so eine viel bessere Möglichkeit habt, für euch abzugleichen, ob ich im Augenblick als Lehrer oder als Coach oder als Inspirationsquelle in eurem Leben noch relevant bin oder ob die Wege vielleicht gerade auseinander gehen. Und für mich ist das gerade eine Phase in meinem Leben, in dem ich das Bedürfnis verspüre, mich von gewissen Gruppierungen, für die ich lange Zeit sehr, sehr gerne gearbeitet habe, zu verabschieden und mich gleichzeitig für ein neues Publikum zu öffnen. Und ich werde jetzt eine Serie von Videos, also mit dem Beginn, nutzen, um ein bisschen was von mir zu erzählen und so vielleicht auch besser erklären zu können, was sich in unserer Arbeit in Zukunft verändert, was wir loslassen werden, was wir stärker vorantreiben werden, was ganz neu dazukommt. Und ich werde heute auch persönlich, weil ich glaube, dass das, was ich heute mit euch teile, also dieses spannende Thema Krisen und vor allen Dingen den Prozess der Metanoia, den ich euch gerne vorstellen möchte, dass der viel greifbarer wird anhand eines persönlichen Beispiels. Und ich fühle so gerade, dass ich aus einem anderthalbjährigen sehr, sehr intensiven evolutionären Schleudergang herauskomme und so im Abtropfen bin, gerade draußen an der Sonne. Ich bin vorsichtig damit geworden und sehr, sehr demütig zu behaupten, ich bin jetzt durch mit dem Prozess. Das, was wir gerade als fertig erleben, ist ja meist der Anfang von etwas Neuem und dennoch habe ich gerade das Gefühl, etwas in mir fühlt sich wie neu geboren an und das möchte ich gerne teilen. Es kann sein, dass ich an manchen Stellen nach Worten suchen werde, weil es sich wirklich noch sehr neu anfühlt, aber das ist mir ganz wichtig. Also, wenn du jetzt noch da bist, weil du das Gefühl hast, ja, der Abend könnte spannend für dich sein, freue ich mich natürlich, was haben wir vor. Ich möchte gerne aus so einer Meta-Ebene über Krisen mit dir sprechen, das mache ich relativ kurz, aber ich glaube, dass es wertvoll und nützlich ist, weil wir ganz häufig, wenn wir uns in einer Transformationskrise unseres Lebens befinden, so ganz häufig so einen Tunnelblick haben und der fühlt sich manchmal sehr ätzend bis furchterregend an. Deswegen macht es total Sinn, mal ein Stück rauszugehen und von draußen zu gucken, zumal ich glaube, dass das auch hilfreich sein kann, um die gesellschaftlichen Prozesse zu verstehen, die gerade überall auf der Welt an Intensität zunehmen. Dann möchte ich einen für mich persönlich wirklich heiligen Prozess mit dir teilen, Meta-Neuer. Vielleicht hast du das schon mal gehört, vielleicht ist der Begriff dir vertraut. Ich stelle immer wieder fest, dass ich manchmal in meiner Arbeit ganz offensichtlich die Aufgabe und Ehre habe, so alte, scheinbar altmodische Begriffe rauszukramen und sie nochmal neu ins Licht zu stellen und uns in unserer aktuellen postmodernen Zeit daran zu erinnern, was für ein unermesslicher Wert zum Beispiel in dem Prozess Meta-Neuer liegt. Ich werde das garnieren, spicken mit meinen persönlichen Beispielen und am Ende, wenn du dann dabei bist, was ich natürlich hoffe, habe ich für euch eine geführte Meditation mitgebracht, die sich besonders gut eignet, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade in deinem Leben vielleicht bereits wieder in so einem Geburtsprozess bist oder du merkst, die ersten Wehen setzen ein. Schön. Ich habe voll Lust. Ich hoffe, da auch. Fangen wir an mit einem kleinen ABC zum Thema Krisen und Chaos. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das geht unter anderem auf den Nobelpreisträger Prigogin zurück, der sich sehr, sehr viel mit lebendigen System beschäftigt hat. Also im Gegensatz zu einem, ich sage jetzt mal zu einer starren Schachtel, bist du ein lebendiges System, was sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass permanent Energie in dein System reingeht und permanent Energie rauskommt. Also zum Beispiel allein diese Begegnung mit mir jetzt gerade gibt Energie in dein System rein in Form von visuellen, auditiven Reizen, aber natürlich auch an Informationen, an Energie und so weiter. So dein System also permanent in jeder Sekunde Energie auf, verarbeitet die und gibt sie wieder ab. Dabei ist dein System von Geburt an immer schon daran interessiert gewesen, ein Gleichgewicht zu wahren, die sogenannte Homöostase. Also wir suchen unbewusst immer nach einer Möglichkeit, dass das, was reinkommt an Energie, sich deckt mit dem, was rauskommt. Und wenn die Homöostase in deinem Leben gewahrt ist, das sind so die Momente, in denen du dich stimmig fühlst, in denen du dich sicher fühlst, in denen du dich voller Vertrauen fühlst, in dem du auch das Gefühl hast, das Leben fließt durch dich durch, du bist im Gleichgewicht. Jetzt ist es so, dass diese Homöostase kein starrer Zustand ist, sondern allein im Laufe eines Tages, das weißt du auch von dir, ganz vielen Schwankungen unterliegt. Du stehst auf, bist du eine Homöostase, triffst dich mit jemandem, der spricht ein Thema an, was dich triggert. Du regst dich total auf, kommst dadurch kurz in Chaos, verarbeitest es dann aber wieder und bist wieder eine Homöostase. So von diesen kleinen chaotischen Momenten rede ich heute nicht, sondern ich möchte heute gern über die größeren Chaos-Momente leben. Denn der Gegensatz, der Gegenpol von Homöostase ist das Chaos. Und Chaos wird von uns Menschen ganz häufig als bedrohlich empfunden, weil wir in einer Kultur leben, die uns nicht chaosfreundlich erzieht, sondern die uns eigentlich von Beginn an, also von klein auf dazu erzieht, die Dinge eher als starre Systeme zu sehen, die uns auffordert, die Kontrolle zu haben, immer Bescheid zu wissen, etc. Also ganz simpel runtergebrochen, anstatt dass wir lernen, die Welle zu surfen, bringt man uns bei, die Welle möglichst einzufrieren, in einer starren Form und ganz genau Bescheid zu wissen, was die Welle ist, etc. Und das führt dazu, dass wir Chaos ganz häufig als Bedrohung erleben. Aber was ist eigentlich Chaos? Wenn du eine Phase hast in deinem Leben, wo die Informationen, die reinkommen, und mit nochmal Informationen, die reinkommen, das können andere Menschen sein, das können Weltereignisse sein, das kann zum Beispiel dein Partner sein, der sich verändert, das kann aber auch zum Beispiel eine Krankheit sein. oder das können Informationen von deiner Seele sein, die da reinkommen und dein System in gegenwärtigen Zustand gibt es nicht her, das zu verarbeiten. Ja, dann kommt dein System erstmal unter Stress und nach einer Weile bricht Chaos aus. Also Chaos ist simpel Überlastung. Was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass Evolution niemals nur aus Homöostase bestanden hat, sondern immer auch aus Chaos. Also wir brauchen beides. Was jetzt passiert in den Phasen von Chaos, und wir gehen jetzt gleich nochmal näher auf die einzelnen Phasen ein, ist, dass das System so sehr an den Grenzpunkt seiner Verarbeitungsfähigkeit kommt, an den sogenannten Bifokationspunkt, auf gut Deutsch gesagt eine Weggabelung, in der der das System jetzt, also du, in dem Fall zwei Möglichkeiten hast. Die eine Möglichkeit ist, du regredierst, das heißt, du fällst auf eine niedrigere Ordnung zurück. Ich bringe ein paar Beispiele. Also stell dir vor, du bist befördert worden in deinem Job und dieser Job ist komplexer. Ja, der ist schwieriger, der ist mit mehr Verantwortung verbunden und du gibst dir total Mühe, aber du kommst an deine Belastungsobergrenze und du schaffst es nicht, diesen Sprung, diesen Entwicklungssprung und du triffst die Entscheidung, wieder in den alten Job zurückzukehren. So viele von uns erfahren das als eine Niederlage, aber ich möchte gern betonen, dass es manchmal total okay und auch gesund ist, zu regredieren. Ein anderes Beispiel, du verliebst dich, du kommst in eine Beziehung, ihr habt eine Beziehung, also ihr seid ein relativ komplexes System und irgendwann kommt die Beziehung an den Punkt, wo sie fast dabei ist, auseinander zu gehen. So zum Beispiel in den anderthalb Jahren, in denen ich jetzt gerade in meinem persönlichen Schleudergang war, hatten Andrea und ich einen Punkt vor circa einem Jahr, da waren wir beide bereit, auseinander zu gehen, weil wir nicht mehr wirklich gesehen haben, wie es möglich sein kann, dass wir als Beziehung zusammen weitergehen. Ich kann dich beruhigen, falls du uns als Paar kennst, wir sind inniglicher denn je zusammen, wir sind mega verliebt gerade und wir haben beide das Gefühl, dass unsere Beziehung auf ein neues Level gegangen ist. Darüber berichte ich in einem anderen Video. Also du bist aber, in eine Beziehung kommst du dann, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du kommst an diesen Bifurkationspunkt und es ist nicht immer gegeben, dass die Beziehung auf ein neues Level geht, sondern manchmal geht dann auch eine Beziehung auseinander, hast du bestimmt schon mal erfahren. Und das heißt, du gehst auf eine einfachere Systemform zurück, also von Beziehung auf Single-Dasein, Regression, ja. Warum ich dieses Wissen gerade in der heutigen Zeit so faszinierend finde, ist, weil wir auch gesellschaftlich an ganz, ganz vielen Bifurkationspunkten stehen. Technologisch, ökonomisch, ökologisch, aber eben auch politisch. Also was uns zum Beispiel Parteien, die eher konservativ oder rechtsorientiert sind, ganz häufig anbieten in solchen kollektiven Stressmomenten, ist die Option, uns rückwärts zu entwickeln. Also auf eine einfache Form zurück, zum Beispiel wieder Nationalstaaten zu werden. Okay? So. Aber das eigentlich Spannende ist, ja, und ich vermute mal, wenn du hier bei mir gelandet bist, interessiert dich das viel mehr, ist natürlich die andere Option und das ist die Transformation des Systems. So, wenn das alte System auf dieser Ebene stirbt und neu geboren wird, wirklich neu geboren wird, dann tauchst du eines Morgens wieder auf und du kannst es vielleicht nicht mal mit Worten benennen, aber du spürst, etwas ist anders. So, das, was gestern für dich ein Problem war, ist heute irgendwie für dich easy verkraftbar. Ja. So. Du hast dich verändert. Du hast dich transformiert. Und darum soll es heute gehen. Weil für mich persönlich, also gerade für die existenziellen Krisen unseres Lebens, Metanoia der für mich radikalste, machtvollste Prozess ist, um durch diese Transformation, Transformationsphasen zu kommen. Bevor ich jetzt gleich noch ein bisschen persönlich werde, möchte ich gerne nochmal diese einzelnen Transformationsphasen aufschlüsseln. Vielleicht auch für dich als eine Einladung, einfach mal zu schauen, wo erwische ich dich denn gerade mit dem Video, also wo stehst du gerade in deinem Leben. Wir unterscheiden prinzipiell vier Transformationsphasen. So, die erste Phase nennen wir in der Systemtheorie die Alpha-Phase. Ich habe die vorhin schon kurz erwähnt. So, das sind die Phasen in deinem Leben. Da hast du einen Run. Ja. So, das sind meist Phasen. Dann bist du gerade auf einem neuen Level angekommen. Es flutscht. Du fühlst dich unbesiegbar. Du hast das Gefühl, du hast die ganze Welt verstanden. Du bist meist voller Selbstvertrauen unterwegs. Du fühlst dich am richtigen Platz, im richtigen Universum. Und das sind oft die Phasen. Also, wenn da jemand kommt und sagt, hey, wollen wir mal über Krisen sprechen, sagst du, was für Krisen? Komm, geh mir damit. Also, ich war bis vor circa drei Jahren hatte ich eine wirklich relativ lange Alpha-Phase. So, selbst in der Corona-Zeit war diese Alpha-Phase sehr, sehr stark präsent bei mir, weil ich einfach mit dem, was ich geben konnte, auch das Gefühl hatte, ich bin in dieser Corona-Zeit, also, ich konnte gut dienen. Ich hatte das Gefühl, ich habe die Welt verstanden. Ich habe mich verstanden. Also, meine Arbeit hat geflutscht. Wir waren erfolgreich. Wir sind irre schnell gewachsen. Ich habe mehrere Bestseller hintereinander geschrieben. Das sage ich jetzt gerade überhaupt nicht, um anzugeben, sondern um mir einfach ein Gefühl dafür zu geben, wie sich so Alpha-Phasen anfühlen. Und unter uns, ich war damals, glaube ich, schon ganz sicher der Meinung, okay, ich habe es gecheckt, obwohl das nicht meine erste Alpha-Phase gewesen ist, okay? So, aus dieser Alpha-Phase muss irgendwann, so, das ist erstmal vielleicht eine Scheiß-Nachricht, aber letztendlich ist es eine gute Nachricht. Aus dieser Alpha-Phase muss irgendwann eine Beta-Phase kommen. Warum? Weil, wenn wir auf einer neuen Ebene ankommen, die neue Ebene ist ja quasi immer dadurch ausgezeichnet, dass sie die Lösung für die alten Probleme anbietet. Wir kommen auf dieser Ebene an, wir haben die Lösung gefunden, aber diese Lösungen beinhalten tatsächlich bereits die Saat für das nächste Problem, für die nächste große Herausforderung. Ja, also ein Beispiel, heutzutage, es ist viel von KI die Rede und viele Menschen hypen es. Und KI wird die Lösung für ganz, ganz viele unserer Probleme sein, ohne Zweifel. Aber sie kreiert bereits jetzt die nächsten Probleme, okay? So. Wenn du aus dem Single-Dasein in eine Beziehung gehst, dann ist das erstmal die Lösung für deine Bedürfnisse. Aber alle unter euch, die in einer lebendigen Partnerschaft wissen, wir tauschen lediglich die Single-Probleme gegen Partnerschaftsprobleme ein, okay? So. Das heißt, irgendwann muss die Alpha-Phase in die Beta-Phase münden. Und Beta-Phase, das sind die Phasen, in denen wir spüren, dass es langsam wieder zu eng wird. Aber wenn wir nicht mega ko-kreativ mit dem Universum sind und nicht bereits sehr, sehr weise und Erlebnisse erfahren, ist es natürlich total menschlich und verständlich, dass wir die Beta-Phase häufig nicht wahrhaben wollen. So Beta-Phasen deuten sich meist erstmal durch kleine Symptome an, dass du zum Beispiel merkst, du hast auf bestimmte Dinge, die in letzter Zeit eigentlich super cool waren, hast du nicht mehr so richtig Lust. Du musst dich ein bisschen mehr motivieren. Beziehungen, die gestern noch total gekickt haben, fühlen sich leer oder eng, ein bisschen gestaut an. Arbeit läuft nicht mehr so richtig. Manchmal ist es einfach nur so eine Ahnung. Du stehst da morgen auf und du merkst einfach, irgendwas stimmt nicht. So als wenn du einen unsichtbaren Anzug anhörst, der zu eng wird. Je nachdem, wie du gestrickt bist, kann das verbunden sein mit Unruhe, mit Unsicherheit, manchmal mit Wut, mit Frust. Ich kenne Leute, die sind hervorragend darin, sich in Beta-Phasen abzulenken. Und ich zähle auch dazu, also indem sie zum Beispiel noch mehr arbeiten oder noch mehr Koffein trinken oder sich über die Welt beschweren da draußen und so weiter etc. Ich werde häufig gefragt, wie lange kann so eine Beta-Phase gehen, je nachdem, wie groß der Evolutionskreislauf ist, in dem du bist, von einer Stunde bis mehrere Jahre. Also ich kenne wirklich Menschen, die sind in bestimmten Bereichen ihres Lebens seit Jahren in einer fucking ätzenden Beta-Phase. Und ich komme auch gleich noch dazu, was du tun kannst, also wenn du checkst, was ich meine und wenn du sagst, okay, ich verstehe das, ich bin in einer Beta-Phase, wie du, wenn du smart bist, bereits in einer Beta-Phase mehr mit dem Leben kooperieren kannst. Da wir erfahrungsgemäß in dieser Beta-Phase am alten, bekannten System festhalten, intensivieren sich die Prozesse. Also bei mir hat diese Beta-Phase mindestens anderthalb Jahre, wenn nicht sogar zwei Jahre gedauert. Und gemerkt habe ich es daran, zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, hey, ich gehe nicht mehr voller Lust zum Beispiel vor die Kamera. Und das war für mich eine krasse Erfahrung, weil ich liebe die Themen. Ich liebe die Themen, über die ich berichte, unterrichte. Und zu merken, die Lust geht verloren und ich muss mich mehr motivieren, das hat eine Weile gebraucht, bis es bei mir angekommen ist, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin jetzt genau an dem Punkt, bei dem ich meinen Klienten sage, hey, jetzt müsst ihr aufpassen. Bei mir hat es sich auch, also wenn das Leben merkt, du spießt nicht richtig mit, du hörst nicht so richtig auf die Zeichen, dann kommen, wenn die Einschläge, kommen die einfach näher. Und häufig benutzt das Leben auch externe Faktoren. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass bestimmte sehr, sehr wichtige große Projekte plötzlich einfach, ich bin einfach nicht vorangekommen, sondern es war zäh, ich bin auf Widerstand gestoßen, manche sind zusammengebrochen, wir haben mit Betrug zu tun gehabt, mit unintegren Geschäftspartnern. Also rückwirkend kann ich total sehen, dass die Einschläge immer näher kamen. Und ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, das Universum dreht sich um jeden von uns, aber ich glaube schon, dass diese Phasen in deinem Leben, wenn du merkst, dass es für zäher Phasen sind, die dich darauf hinweisen, dass es Zeit ist, dein altes Ich in Frage zu stellen. Und nochmal, es ist total verständlich, dass wir darauf keinen Bock haben, weil dieses alte Ich hat uns ja bis hierher gebracht und bis vorgestern hat es ja auch noch richtig gut funktioniert. Und deswegen kommt dann meist, was kommen muss, nämlich die Einschläge kommen immer näher. Bei mir war das dann, also letzten Endes ein perfekter Sturm, ausgelöst durch, also ich bin wirklich zum allerersten Mal im Leben in einen echten Burnout geraten, also mit körperlichen Ausfallerscheinungen, die wirklich gruselig waren. Ich glaube, dass ich seitdem, also das ist ungefähr reichlich anderthalb Jahre her, zum ersten Mal eine wirkliche Ahnung davon habe, wie sich Menschen fühlen, die depressiv sind. Ich habe seitdem großen, großen Respekt vor diesem Gemütszustand. Es kamen ein paar ganz, ganz dolle Enttäuschungen auf der beruflichen, privaten Ebene dazu. Ich werde euch gar nicht alles aufzählen. Aber jedenfalls bin ich dann relativ schnell in der sogenannten Gamma-Phase gelandet. So die Gamma-Phase, das ist der Punkt, wenn das Chaos ausbricht, wenn die Beziehung plötzlich zusammenbricht, wenn dein Körper nicht mehr kann, wenn gesellschaftlich plötzlich krasse Sachen passieren, also wirklich krasse Sachen passieren, wenn du einen Zusammenbruch hast. Das sind Gamma-Phasen. Also in Gamma-Phasen sind wir wirklich im Chaos und wir sind an diesem Bifurkationspunkt. Und bevor ich auf den guten Ausgang zu sprechen komme, möchte ich gern mit dir teilen, also das ist mein Hauptthema heute, was mir den Arsch gerettet hat und mein Herz gerettet hat und meinen Geist gerettet hat und auch meine so, so kostbare Liebesbeziehung gerettet hat. Metanoia. Wenn du den Begriff noch nie gehört hast, ganz kurz zum Hintergrund. Metanoia ist ein sehr, sehr alter Begriff. Der geht auf das Griechische zurück und bedeutet, übersetzt so viel wie anders denken. Also Meta ist eigentlich wirklich rausgehen, von oben drauf schauen und Neue ist das Denken. So in der Kernidee ist Metanoia ein tiefgreifender, dich auf die Knie bringender, deine Demut enorm fördernder Prozess, in dem ein altes Ich stirbt und etwas Neues geboren werden kann. Metanoia ist älter als das Christentum. Das betone ich deswegen, weil leider die christliche Kirche aus meiner Sicht so unglaublich schönen und wertvollen Umkehr und Erweckungs- und Transformationsprozess etwas gemacht hat, was sehr viel mit Schuld und mit Buße verbunden ist. Also die Kirche hat daraus einen Prozess gemacht, in dem der Mensch, weil er dumm ist oder weil er versucht ist, die Sünde begeht und dafür Buße tun muss. Aber diese Buße ist kein wirklich freudvoller Hingebungsprozess mehr, sondern in der konservativen, besonders in der katholischen Kirche ist es ein Prozess, ja man könnte sagen, der Bestrafung. Aber das ist es im Kern nicht und deswegen ist es mir so wichtig, diese Begriffe wieder hochzuholen und mit euch zu teilen. Weil auch Buße bedeutet nicht, dich zu kasteien, weil du etwas falsch gemacht hast, sondern Buße kommt von es besser machen und bedeutet im Kern letztendlich, fuck, ich habe meinen Weg verloren, ich habe den Pfad meines Herzens verloren und ich tue Buße, indem ich auf diesen Pfad zurückkehre. Und auch das Wort Sünde, was so schuldbelastet ist in der Kirche, bedeutet eigentlich, also das Ursprungswort kommt aus dem Griechischen und bedeutet der Abstand vom Ziel, also Sünde ist der Abstand, dem wir das Ziel verfehlt haben. Um Metanoia zu verstehen, ist es glaube ich hilfreich zu verstehen, oder mal anzunehmen, von dem Punkt zu kommen, dass du nicht nur dein Ego, deine kleine Persönlichkeit bist, sondern dass du auch eine freie Seele bist. Das ist für mich ein ganz wichtiges Ergebnis meines Metanoia-Prozesses. Ich habe davor häufig sehr vorsichtig und dezent über Seele gesprochen, weil ich gern nicht in die Esoterik-Ecke gestellt werde, weil da gehöre ich nicht hin. Aber ich habe in diesem Zeitraum, der für mich zum Teil extrem schwer war, wieder einen noch tieferen Zugang zu meiner Seele gefunden und noch mal wieder tiefer Erfahrungen gemacht, die mir einfach total bestätigt haben, ja doch, egal wie du es nennst, ob du es Seele nennst, ob du es Essenz nennst. Es gibt in jedem von uns ein tieferes, ein freieres, ein weiteres Bewusstsein, was nicht gebunden ist an Zeit, was nicht gebunden ist an Alterungsprozesse, an Grenzen und was viel, viel größer ist als unser kleines Ich. Und es gehört zu unserer menschlichen Entwicklung dazu, dass wir im Laufe unseres Persönlichkeitsentwicklungsprozesses ein Ich aufbauen. Jeder von uns, die meisten Menschen, bis auf diejenigen, die psychisch richtig doll krank sind, haben ein Ich. Und dieses Ich ist letzten Endes deine tiefe Vorstellung davon, wer du bist, was dich ausmacht, was du kannst und was du nicht kannst. Und dieses Ich definiert dein System, dieses Ich definiert, was für dich wichtig ist, worauf du dich beziehst im Leben und wie du fühlst, wie du denkst und wie du handelst. Also im Kern steht einfach die Idee unserer Persönlichkeit. Und wenn wir in einer Alpha-Phase sind, dann auch deswegen, weil wir eine Persönlichkeit aufgebaut haben, die gerade sehr gut funktioniert. Also wenn du gerade gesund bist, von anderen gefeiert wirst, Erfolg hast etc., dann gibt es eigentlich erst mal relativ wenig Grund, deine Persönlichkeit infrage zu stellen. Es sei denn, deine Seele kommt irgendwann und klopft an die Tür und das hat sie bei mir vor, wie gesagt, am Anfang des letzten Jahres sehr, 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 sehr stark und sehr, sehr deutlich gemacht, klopft an deine Tür und sagt, egal wie gut das läuft, egal wie erfolgreich du bist, ich will, dass du inhältst. Ich will, dass du mehr lauscht. Ich will, dass du Buße tust, aber nicht Buße im Sinne von Bestrafung oder Schuld, sondern Buße ist eigentlich, auch wenn es mit manchmal unangenehmen Gefühlen verbunden ist, eigentlich ein unglaublich schöner Prozess, der Rückkehr in dein eigenes Zuhause. So, deswegen möchte ich jeden Menschen da draußen, also dir, wenn es dich gerade betrifft und wenn du irgendwo in deinem Leben gerade an einem Punkt stehst und nicht weiter weißt, ich möchte dich voll ermutigen, dem Mut zu haben, zuzugeben, dass du nicht weiter weißt. Ich möchte dich einladen zu verstehen, dass daran überhaupt nichts Schlimmes ist und auch nicht wirklich etwas Furchterregendes, sondern es ist eigentlich das Natürlichste der Welt, das wir immer wieder nicht weiter wissen, weil diese Welt da draußen, dieses Universum unendlich groß ist. Also egal, wie viel du weißt, es ist nur eine kleine Teetasse voll in einem riesigen Ozean des Unbekannten. Und egal, was du für ein großes Ding drehst und wie groß dein Netzwerk vielleicht ist und wie powervoll du dich fühlst, also wir sind alle nur ein kleiner, zugegängigermaßen ein zauberhafter Furz in diesem Universum. Und für mich war das der Beginn der Heilung. Das weiß ich noch wie heute, also die erste, die es gehört hat, war Andrea und ich vorher saß und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Und glaub mir, das ist mir nicht leicht gefallen, weil versuch dir einfach mal vorzustellen, also ich bin seit 30 Jahren in diesem Business unterwegs, also seit 30 Jahren helfe ich letztendlich anderen Menschen, Klarheit in ihrem Leben zu finden, ihre Ziele zu erwirklichen und so weiter und ich bin ein Kompendium an supergeilen Methoden, die auch meistens in Alpha- und in Beta-Phasen richtig gut funktionieren. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, also wenn du 30 Jahre lang in der Rolle bist, dass du anderen Menschen erklärst, wie es geht, das ist ein krasser Punkt, aber für mich war es ein irrer guter Befragungsschlag, an dem Punkt anzukommen, ich kann nicht mehr. Und die nächsten waren dann unser Team und dann habe ich das öffentlich kundgetan, vielleicht hast du das Video damals gesehen und ich bin damals häufig gefragt worden, Veit, warum teilst du das so offen, hast du nicht Angst, dass das deiner Reputation schadet? Daran glaube ich überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass wir, wenn wir als Coaches oder Bewusstseinslehrer oder wie auch immer wir das nennen, unterwegs sind, dass wir die Pflicht haben, die Menschen, die uns zuhören, an unserer Verletzbarkeit, an unserer Unvollkommenheit, an unseren Strugglen teilhaben zu lassen. Nicht, weil wir so wichtig sind oder weil die Prozesse so wahnsinnig spannend sind, sondern einfach, um euch nicht ein falsches Bild vorzugaukeln, sondern einfach zu zeigen, dass ich genauso ein lebendiger Prozess bin wie du. Also, was ich damit sagen muss, Metanoia beginnt mit deiner Bereitschaft innerlich, und ich habe das damals tatsächlich auch äußerlich physisch gemacht, auf die Knie zu gehen und zuzugeben, ich schaffe es nicht. Und damit meine ich nicht dieses, was wir vielleicht manchmal machen, wenn wir einfach bequem sind, ja, oh ja, ich schaffe es nicht, ich brauche Hilfe, sondern ich meine wirklich dieses ganz aufrichtige an den Punkt kommen, der Kapitulation zuzugeben, dass du es nicht schaffst. Ich möchte dich ermutigen, das auszuprobieren. Du musst es natürlich auch meinen, weil in meiner Erfahrung, und ich führe, also seitdem ich spreche ganz, ganz viel und höre ganz viel zu, wie es anderen Menschen so geht, wir leben in einer so individualisierten Gesellschaft, die uns so suggeriert, dass wir es drauf haben müssen, und dass wir selbst verantwortlich sind, und dass wir unsere Realität kreieren. Und diese Seite ist auch richtig, das ist wirklich ein Paradox, aber es gibt eben auch eine andere Seite, und da sind wir nicht allein in der Lage, diese wirklich großen Schwellen in unserem Leben zu meistern. Und um diese größere Kraft einzuladen, und du musst dafür nicht an Gott glauben, du kannst doch einfach sagen, diese Kraft, die diesen ganzen Kosmos mit all seinen Sternen und Planeten und Pflanzen und Delfinen und Walen und Adlern und uns erschaffen hat, diese Kraft pulsiert ja in jeder unserer Zelle, und du kannst diese Kraft anrufen, und du kannst einfach sagen, ich brauche wirklich Hilfe. So, das ist der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist übrigens interessanterweise, diejenigen unter euch, die sich mit den zwölf Schritten der anonymen Alkoholiker auskennen, da sind ganz, ganz viele Metanole-Prinzipien drin. So, der erste Schritt ist wirklich, dir selbst einzugestehen, es geht nicht, ja, ich weiß einfach nicht weiter, auf die Knien zu gehen, ja. Und der zweite Schritt ist, um Hilfe zu bitten. Und an der Stelle natürlich auch, um Hilfe von deinem besten Freund zu bitten, aber auch um Hilfe zu bitten von dieser größeren Kraft, ja. So, ich bin nicht religiös und ich glaube nicht an Gott mit dem weißen Rausche-Bart, aber ich habe in meinem Leben einfach einige Erfahrungen gemacht, die mir so jenseits von jedem Zweifel gezeigt haben, dass es eine ultra intelligente, bedingungslos liebende Quelle dieses Universum gibt. Und dass diese Quelle eigentlich nur darauf wartet, dass wir sagen, bitte, bitte, hilf mir. So, mich hat mein Gebet damals, also ich war wirklich im Arsch. Ich war wirklich im Arsch, Leute. Ich war so im Arsch, dass ich mich manchmal dabei ertappt hatte, dass ich stundenlang einfach gegen eine Wand geschaut habe und nicht mehr mitgekriegt habe, dass ich nur gegen eine Wand schaue. Also ich war, ich kann mich erinnern, meine letzten Business-Meetings damals, bevor ich rausgegangen bin. Ich habe das nur noch wie so durch Watte gehört und wusste ganz häufig, wenn ich gefragt worden bin, gar nicht, worum es gerade ging. Und dieses Gebet hat mich damals, ich glaube, das erste Mal, dass ich so richtig bewusst öffentlich darüber rede, aber ich möchte es mit euch teilen, in den Dschungel geführt in Costa Rica. Und ich war da zweimal für eine Woche mit Chipibos. Das ist ein indigener Stamm, der in Peru lebt und der das Geheimnis und die Rituale um Awasca hütet. Und ich werde darauf heute Abend nicht näher eingehen, also dazu werde ich aber ganz sicher auch nochmal ein Video aufnehmen, weil es ein wichtiger, extrem wichtiger Schlüsselmoment meines Lebens war. Und ich glaube, dass es wichtig ist, den zu teilen. Was ich heute eigentlich nur sagen will, ist, dass in diesen Ritualen bei den Chipibos diese größere Kraft, die ich angerufen habe, gekommen ist. Und wie das so ist mit Gebeten, sie kommt selten so, wie wir das wollen, sondern sie kommt immer so, wie wir das brauchen. Und sie hat mich auf eine sehr, sehr liebevolle, aber unglaublich konsequente Art und Weise auseinandergenommen. Und sie hat mich im wahrsten Sinne des Wortes gelehrt, was meine Sünden sind. Also ich musste mir sehr, sehr ausführlich anschauen. Auch darüber werde ich nochmal ausführlich sprechen, wo und wie ich in meinem Leben von meinem Vater abgekommen bin. Und das sind manchmal, weißt du, das sind manchmal nicht irgendwelche Riesendinge. Manchmal sind das Kleinigkeiten. Aber manchmal sind es auch große Sachen. Also mir ist zum Beispiel da gezeigt worden, also wie ich einfach dieses Geschenk der reinen Liebe in der Beziehung mit Andrea an manchen Stellen verraten habe. Oder mir ist gnadenlos und sehr konkret gezeigt worden, wo ich als Lehrer, als Bewusstseinslehrer einfach, weil ich selbst nicht genug vertraut habe und weil ich Dinge erzwingen wollte, also mit persönlicher Power reingegangen bin, anstatt mich dieser Größe und Kraft anzuvertrauen. Also ich bin komplett auseinandergenommen worden. Ich war danach noch weniger in der Lage, sofort zurückzugehen in meinen Alltag, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin ein Puzzle auseinandergelegt. Ich habe seitdem ein grundlegend nochmal anderes Verständnis davon, was Spiritualität ist, weil ich mit Dimensionen konfrontiert worden bin, die wirklich neu für mich waren und die ich immer noch dabei bin am Verarbeiten. Und was danach passiert ist, und das ist ein wichtiger Teil von Metanoia und auch zu dem möchte ich dich gerne ermutigen, oder nochmal ganz kurz zurück, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen spektakulär klingt mit dem Dschungel und Chipibus etc., ich glaube, dass das überhaupt nicht so spektakulär sein muss. Wichtig ist einfach nur, dass du um Unterstützung und Führung dieser Kraft, dieser größeren Intelligenz bittest und dann darauf vertraust, dass sie dich genau in die Umstände führt, in denen sie dich am besten lehren kann. Und ich bin hundertprozentig überzeugt davon, das kann auch zu Hause im Garten beim Beteumgraben passieren. Und ich möchte gerne nochmal betonen, ich glaube zutiefst daran, dass es auch für rationalen, wissenschaftlich orientierte Menschen absolut okay und möglich ist, diese größere Kraft des Lebens anzurufen. Ja, weil du kannst ja zum Beispiel einfach sagen, die Kraft der Evolution. So, und der nächste Schritt, der im Metanoia-Prozess sehr, 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 sehr wichtig ist, dass du die Rechenschaft über dein Leben ablegst. Also bei mir sah das so aus, dass ich in diesen letzten anderthalb Jahren unglaublich viel geschrieben habe. Ich habe mich coachen lassen, ich habe Biografiearbeit geleistet und das war zum Teil ein, es war ein sehr, sehr befreiender Prozess und gleichzeitig manchmal aber auch mit Scham verbunden, weil ich ganz viel Schattenarbeit leisten musste. Also weil ich mir als jemand, der viel im Mittelpunkt gestanden hat, viel auf der Bühne gestanden hat, viel anderen Menschen erklärt habe, ist es einfach anschauen musste, an wie vielen Stellen ich klein und unvollkommen bin und mir anschauen musste, durfte, wie bestimmte Ereignisse in meiner Kindheit beeinflusst haben, warum mir bestimmte Themen in meiner Arbeit zum Beispiel so wichtig sind, warum ich auch extrem viel Wert darauf gelegt habe, mich mega anzustrengen, für meine Leute immer die extra Meile zu gehen, anerkannt zu werden und so weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass ich diese Art von therapeutischer Arbeit mache. Also das habe ich auch schon vor 20 Jahren gemacht, aber das war jetzt so wie nochmal auf neuen Kreislauf und alle da draußen, die selbst in der Position sind, in der du oft anderen Menschen erklärst, wo es lang geht. Vielleicht bist du als Lehrerin tätig, als Guru, als Psychotherapeut oder was auch immer. Also wenn du es in deinem Leben noch nicht hast, möchte ich dich von Herzen einladen, das in dein Leben zu holen, auch wenn du gerade nicht in der Krise bist, also eine Möglichkeit zu finden, mit jemandem, der wach ist, der scharfsinnig ist, der liebevoll ist, der sich nicht beeindrucken lässt von den Rollen, die du in deinem Leben hast, der dich aber challenged und der dich konfrontiert mit deiner Menschlichkeit und mit deinem Schatten. Also ich fühle mich wesentlich mehr auf dem Boden seitdem. Ich fühle mich wesentlich ganzer, ich fühle mich freier, demütiger, aber es ist halt nicht so eine Demut, die klein macht, sondern eine Demut, die einfach entspannt. Genau. So, und in diesem Prozess von Metanoin, und ich glaube, das ist sehr wichtig, es ist einfach gut, wenn du dir Zeit nimmst und anschaust. Und das ist ein sehr intimer Prozess, da kann sich im Grunde genommen, also niemand anders hat das Recht, über dich zu urteilen, dir für dich ehrlich anschaust, wo hast du deinen Weg verraten. Das kann sein, dass die ganze Welt deinen Weg feiert. Aber du weißt, du hast ihn verraten. So, ich kann zum Beispiel rückwirkend sehr genau sehen, an welchen Stellen ich Dinge gemacht habe, Projekte eingegangen bin, nicht weil wirklich mein Herz ja dazu gesagt hat, sondern dann zum Beispiel aus meinem Bedürfnis heraus, mit meiner Arbeit in den Mainstream zu kommen. Ich kann sehr genau sehen, an welchen Stellen ich meine Botschaft, die ich eigentlich schon lange und wie sehr, sehr klar in mir trage, so ein Stück weicher verpackt habe, ein bisschen netter rübergebracht habe, einfach weil ich interessiert habe, um in den Mainstream zu gehen und möglichst viele Menschen zu erreichen, anstatt wirklich zu sagen, ich bringe das wirklich hundertprozentig so raus, wie es meinem Pfad entspricht. Und nochmal, es geht nicht darum, dass du dich fertig machst, es geht nicht darum, dass du dich kasteilst, weil wir sind Menschen und wir dürfen Fehler machen, wir müssen Fehler machen und das gehört zu unserem Weg dazu. Aber es geht darum, dass du innerlich dir gegenüber eine Beichte eingehst und sagst, mein geliebtes Herz, meine geliebte Seele, hier an dieser Stelle habe ich mich verraten und ich komme jetzt wieder zurück. Und warum ich das mit dir teile, ist, weil ich mich gerade sehr, 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 sehr dankbar fühle, wieder zusammengesetzt worden zu sein. Dass mir Dinge aus der Hand genommen worden sind, dass ich auf eine coole Art und Weise, auf eine wirklich gute Art und Weise auf die Knie gezwungen worden bin. Und weil ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz vielen Menschen gerade so geht, dass wir, wir sind ja nicht doof, wir sind ja alle zarte, empfindsame Wesen, dass wir eigentlich spüren, dass wir an verschiedenen Stellen von unserem Pfad abgekommen sind. Ich nehme mal nur ein Beispiel, was mich gerade so beschäftigt. Mir geht gerade so die Art und Weise, wie die Mehrheit von uns Social Media betreibt, die geht mir gerade voll auf die Ketten, weil ich das als so unnatürlich empfinde. Und wann immer ich das anspreche, sagen eigentlich die meisten Menschen, ey, du hast voll recht, ich merke das auch, das stimmt nicht. Aber ich denke halt, ich muss mitmachen, weil ich muss die Algorithmen bedienen. Verstehst du, was ich meine? Oder in deiner Beziehung. Es ist so super easy. Ich weiß, aus meiner eigenen Erfahrung, es ist so super easy an der Stelle, wo du einfach weißt, okay, wenn ich jetzt meinem Herz treu wäre, dann müsste ich jetzt dieses Thema ansprechen und ich müsste dranbleiben mit dem Risiko, dass es total knallt, dass die Beziehung vielleicht auseinander geht. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen heute an diesem Punkt stehen und das hat viel damit zu tun, wir haben keine Seelenkultur mehr. Wir werden dazu erzogen und gepusht zu machen, zu leisten, Bescheid zu wissen, aber wir haben keine wirkliche Seelenkultur mehr in unserem Leben. Keine Ermutigung, wirklich unserer Seele Raum zu geben und ihr zu lauschen. Und dann kommt noch dazu, dass unser Leben ist so fucking schnell geworden, Leute. Also eine kleine Vorwarnung an alle, die mir weiterfolgen wollen. Und ich habe keinen Bock mehr, mich dieser Dynamik zu unterwerfen. Also diesen, oh, die Videos müssen schneller werden und es muss mal kürzer werden. Ich möchte mehr Raum nehmen und ich wünsche mir Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich Raum nehmen. Also es ist so schnell geworden, es ist so laut geworden und das macht es so verdammt schwierig, unsere Seele zu lauschen. Aber die verdammt, ich sage immer verdammt, weil ich das Wort so cool finde, aber die coole, die heilige, die wunderschöne Nachricht ist und das ist eigentlich das, was ich rüberbringen möchte. Deine Seele ist die ganze Zeit da. Deine Seele ist die zutiefst weibliche, stillste, zarteste und zugleich mächtigste Stimme in dir. Deine Seele pusht dich nicht, sondern deine Seele wartet die ganze Zeit, dass du sagst, okay, jetzt brauche ich dich. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich lege mein altes Ich auf den Altar. So ganz viel Prozessarbeit für mich in den letzten anderthalb Jahren hat damit zu tun, dass alles, was ich von mir geglaubt habe, alles von dem, was ich getan habe und was zum Teil weltlich gesehen mega gut funktioniert hat, auf den Altar zu legen und zu sagen, bitte nimm mir alles davon ab, was nicht mehr echt, was nicht mehr frisch ist, was nicht mehr zu mir passt und zeig mir, wer ich wirklich bin. Und deine Seele wird zu dir sprechen. Und es kann sein, dass sie dir erstmal sowas bei mir den Stöpsel zieht. Also ich habe viele, viele Wochen in dieser Zeit gehabt, in denen ich nicht sprechen wollte, in denen ich nichts schreiben wollte, in denen ich nichts zeigen wollte, in denen ich nicht auf Instagram gehen wollte. Ich wollte einfach nur den Wind spüren. Ich wollte einfach nur genießen, dass es still in mir ist. Genießen, dass ich nichts weiß oder ziemlich wenig weiß und dass sich das aber nicht schrecklich anfühlt, sondern sehr befreiend anfühlt. So in diesem Warteraum nichts zu überspringen, dazu würde ich dich gerne mutigen. Und du musst dafür nicht rausgehen. Natürlich ist es optimal, wenn du die Möglichkeit hast, mal wirklich voll aus deinem System rauszugehen. Aber ich glaube, dass es auch möglich ist, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich merke, ich bin in so einer Phase, in so einer Beta oder vielleicht sogar Gamma-Phase. Ich nehme mir jeden Tag einmal Zeit. Ich gehe jeden Tag einmal innerlich auf die Knie. Ich lege mein kleines, von allem getrenntes, rechthaberisches Ego, ich lege es ab und ich bitte diese größere Kraft, die Seele, die Liebe, das Universum, wie auch immer du es nennst, ich bitte sie, mich zu nehmen, zu führen. Und dann wirst du erleben, und ich wette, du hast es schon erlebt, wenn du bis hierher zugehört hast, dass es einen Pfad in diesem Universum gibt, der sich für dich richtig anfühlt. Und das ist nicht der Pfad, wo du die meisten Follower hast. Es ist der Pfad, in dem deine Seele lächelt. Ja. Und das wollte ich gerne mit dir teilen. Weil zusätzlich zu dem, dass ich sehe, dass ganz, ganz viele Menschen um mich herum an diesem Punkt stehen und wir sind so ultra, weißt du, wir sind so ultra tapfer. Wir ziehen das so lange durch. Wir kämpfen so lange gegen diese Zeichen, anstatt eher aufzugeben. So zusätzlich dazu sehe ich unsere gesamte Menschheit an dem Punkt. Wir haben uns wirklich fucking verrannt. Wir haben uns verrannt. Wir haben so viel, aber wir sind nicht glücklicher geworden. Und wir wissen so viel, aber wir sind nicht glücklicher geworden. Wir sind immer mächtiger geworden, aber wir sind nicht glücklicher geworden. Und ich wünsche mir für die gesamte Menschheit einen echten, tiefen Metanoia-Prozess. Ja. Und der beginnt in dir und in mir. Und ich hoffe, das berührt dich. Ja. Ich würde mich total freuen, wenn du Bock hast, mir unter diesem Video eine Nachricht zu unterlassen. Oder wenn du später einen Podcast siehst, gerne auch einen Podcast, was bei dir angekommen ist, was dich berührt hat, wo es angeklungen ist. Weil ich gerade mit diesen Videos auch klar machen möchte, für was ich nicht mehr stehe und für was ich in Zukunft stehe. Also ich suche, ich suche meinen, wenn du so willst, meinen neuen Tribe. Und natürlich freue ich mich auch, wenn viele von euch, mit denen ich schon lange unterwegs bin, sich angesprochen fühlen. Ich habe es vergessen am Anfang zu sagen, sorry, eigentlich mag ich das nicht am Schluss, aber ich sage es trotzdem. Wenn dich das Thema Metanoia berührt und wenn du Bock darauf hast, mit mir gemeinsam in diesen Prozess einzusteigen, dann check einfach unter diesem Video aus. Wir haben kurz vor Weihnachten, lade ich dazu ein. Mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Was ich dir vor allen Dingen sagen möchte, ist, ich möchte dir absolut Mut machen, diese Zeit, in der wir leben, total persönlich zu nehmen. Um von dem Punkt zu kommen, du hast dir ausgesucht, in dieser Zeit zu inkarnieren. Ich möchte dir total Mut machen, deine Krisen absolut persönlich zu nehmen, aber nicht im Sinne von, dass sie deine Feinde sind, sondern im Sinne von, dass sie echte Geburtswehen sind und dass es immer eine Neugeburt geben wird. Das ist die so gute Nachricht. Und dass wir immer aus Gamma letztendlich wieder in die nächste Alpha-Phase neu geboren werden. Und dass die gute Nachricht am Chaos ist, dass das, was wir Menschen als Chaos erfahren, in sich eine höhere Ordnung in sich trägt, die wir einfach jetzt in diesem Augenblick noch nicht verstanden haben. Aber die existiert. Und indem wir uns diesem Prozess von Metanoia hingeben, haben wir die Möglichkeit, unser altes Ich sterben zu lassen und wirklich in einer größeren, freieren, friedvolleren Version von uns wiedergeboren zu werden und tiefer zu verstehen, was die Ordnung der Dinge ist. Bis zur nächsten Wetterphase. Das war eine Folge aus dem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wir danken dir für dein Zuhören. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.